Samstag, 7. März, 18.30 Uhr, Prusia, Park, Preußen, Prusia, München-Gladbach gegen Prusia, Dortmund, Wann, Su, Tu. Franz Sommer, Stefan Leiner, Romius Rebini, Matthias Kinder, Nico Elfendi, Christoph H. Tamer, Janis Zakaria, Jonas Hofmann, Florian Deuhaus, Lars Stindl, Alassane Bela, Roman Burgi, Axel Zagadou, Araf, Hakimi, Mats Hummels, Lukas Piszczek, Raphael Kurrio, Julian Rand, Amerikan, Axel Witzel, Eric Halland, Durkan Hazard, 21.20 Uhr 20.